Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Starbound mit Vitali und Andi. Hi Leute, alles klar. In der letzten Folge hatten wir von diesen, wie heißen diese Florian Boys, Infos gesucht. Infos gesucht auf dem Planeten. Wir haben auch einen anderen Planeten angereist, wie man hier unten sieht. Wir hatten die auch abgeschlossen, aber da ist da alles abgegeben und jetzt müssen wir nach Zeremonie wohl beiwohnen und da weitermachen. Also oben rechts ist die Nix-Aufgabe-Find, der Artefakt in the Hunting Grounds. Da haben wir die Koordinaten bekommen oder unser Sail hier, der Typ hier, der Sail, Ship-Based Artifact, Artifactical Intelligence. Ja, genau, gut ausgesprochen. Ne, was heißt, Ship-Based Artificial Intelligence, ja, genau, so ungefähr. Ja, gut ausgesprochen. Ich gehe mal zu meinem Ding und dann lass mal dahin, ich kann auch von meinem Ship was machen. Ich fliege ich schon mal dahin. Ja, Sailor Moon, ja, Sailor Moon, ja, Sailor Moon, ja, oder so. Ich fliege auch Rubber. Boah, fliegt da lange. Richtig. Fliegt da wieder immer noch? Bei mir fliegt da immer noch. Ach krass, okay. So, hier sind wir da. Das hat aber was lange dauert. Ja, müssen wir nach rechts. Was ist das denn? Du kannst auch rechts probieren. Ich muss mal rechts. Was so anders? Nein, ne, ist gleich. Aber das ist ähnlich. Die machen nix, ne? Warte mal, was sagt das Sail? Äh, was sagt dann? Das ist, äh, das ist secret. Okay. Weiter. Einfach rechts. Wir müssen ja eine Zeremonie bei wohnen, anscheinend. Rechts oder nach unten? Also weiter rechts. Ach, tatsächlich. Und Taschenlampe mal. Geht's ja weiter? Naja. Naja, das wäre doch runter wahrscheinlich. Äh, okay. Bist du down? Fast, aber hier ist Wasser. Du musstest das schaffen. Oh. Also ich muss mich heilen. Äh, ja. Das ist irgendwie ganz komisch. Warum kann ich nicht mehr so machen? Du musst das mal in Spritze nicht benutzen. Ich habe da so ein String, gell? Warte, ich bin nicht am heilen. Nicht, also, ist sehr tief unten. Nö, nö, geht. Ach so, ich kann, damit kann ich Stimpaks herstellen. Ah, okay. Nö, 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 nö. Bio regarding so many life signs, okay? Tons, okay. Wir sind Lebensdinger, boy. Also, wer ist denn diese? Lebewesen. Lebewesen sind auch Lebensdinger. Äh, ach so. Yes. Und, und das Gegner? Jo. Super stark, oder? Äh, sieht so aus, ja. Schießt denn du uns eigentlich? Ja, ich glaube schon. Komm. Ach, ja. Okay. Vergiss nicht, du hast einen Jump, ne? Wieso hast du, äh, Triple und, äh, einen Vierfachjump? Ich weiß, ich weiß recht nicht, warum ich das. Ach fuck, jetzt bin ich hier unten. Und bist du ein Bedrängnis? Ich hoffe nicht. Ach, du musst dann, das Gift kann sein, dass das Gift ist da oben, komm mal hoch. Komm mal hoch. Ach, das bin ich weg. Okay. Kann man ja nicht bauen. Mal gucken, was das hier kommt. Dann noch mal runter. Äh, ne, hier zum Sale. Ach, fuck. So, jetzt geht es ein bisschen schneller. Mal ein zweites Mal. Komm einfach rüber, da. Nicht da mit dem, mich beschäftigen zu lange. Ja, hier, ich gehe die ganze Zeit drüber. Nein, ich meine, aber jetzt, äh, nicht, lasst nicht gegen die Kämpfe. Ach so, ach so, ach so, ah hier so ein Florian Guy. Was ist das denn? Ja, man muss direkt hier ins Wasser fliegen, ne? Ganz einfach, hab ich so keinen Fall. Das Gefühl ist noch zu schwach dafür. Meinst du, wir machen jetzt, wir machen jetzt platt. Good luck, ja. Ah, ja, rüber. Mhm, eine coole Waffe eigentlich. Gegner? Wow, der ist starker. Schieß auf den, dass du hast. Nach vollladen. So, vollladen. So. Hier können wir uns, ach, hier können wir essen machen. Warte mal, ich koche mal ein bisschen was. Was habe ich denn noch da? So, ja. Du kannst ja auch kochen. Was habe ich denn noch da? Mhm. Tomaten, was kann man daraus machen? Tomaten habe ich. Kann ich Kartoffeln benutzen? Ich kann Mushrooms machen. Das, was halt, du kannst einfach ein Lager veröffnen, das geht automatisch. Ach so. Jetzt hast du, jetzt habe ich da, deine Sachen genommen hier. Warte mal, Kartoffeln. Die haben meine Sachen genommen. Was darfst du? Reis. Tomaten. What is you talking about? Popcorn. So. Bei mir im Inventar ist eben, da sind eben ein paar, eben ein paar Sachen erschienen, die du, die du gemacht hast. Ich verarsch. Also, ich meine nicht gesehen zu haben. Pass auf. Ach, verdammt. Ich bin im Falle im falschen Menü. Pass auf, sie kommen. Ich habe es ums Nachladen. Ich halte ab Distanz. Boah, pass auf, vielleicht zurück, zurück. Lass ich ins Gift fallen. Ja, nein, es ist ein Gift. Fall runter, du Penner. Nein, scheiße. Einer ist down. Den können wir auf Distanz halten. Ja, ja. Sie ist, glaube ich, noch zu schwach dafür, aber... Egal. Die Boys. Wir kennen keine Angst. Ach, ist was für ein Kakta für. Oh, pass auf, wir haben erschossen. Oh, fuck hier runter. Pass auf, ich gehe von hier. Kann man von hier kommen. Kann man dran? Ne, was kann man hier bauen? Warte mal, ah, wo war ich denn mit meinem Dreck oder so? Ah, Mist. Mist. Der beschießt uns. Da, probieren wir das hier. Ich kann man auch nicht bauen, ey. Scheiße. Ich ziehe den nicht. Der ist aber weg. Was ist da hinten? Wer hier? Ja. Scheiße, ich komme noch nicht hoch. Das war hier, aber hier. Aber weiter. Und hier ist ein Axt. Boah, nehm ich mal. Die kommt doch nicht runter, ne? Man kommt, man muss nur... Haben wir gut getroffen. Einmal halb gut getroffen. Einmal halb gut getroffen. Beschäftige die von da, ich mache von hier so. Ja, was soll ich, ich muss aufladen. So. Ah, die zieht jetzt auf dem Motor. Ne? Wah, fuck. Komm her, ey. Komm her, komm her. Boah. Die ist schlecht down. Nice, so. Toll, komm noch nicht mal da rein. Nur mal hier, alles, alles mal durchgucken. Ein paar Pixel. Na. Warte mal. Ich sag dir irgendwas. Aufpassen. Ja, aufpassen. Ja, aufpassen. Oh, hier. Der blockt, ey. Wir sind gleich zurück, wahrscheinlich. Wow, sie. Oh, komm zurück. Hier, hier. Das wollen wir von hier. Genau, ich beschäftige ihn so. Du schießt so. Der blockt alle meine Angriffe, ey. Okay. Nice. Wir müssen nach rechts, ne? Nach rechts, weiter. Da unten sind Gegner. Sind auch stark. Oh. Oh, pass auf. Muss man mal nachladen. Geht jetzt down. Hat ein Helm oder so. Was ist das hier? Ich bin gleich tot. Schnell gegen heilen. Hast du ein Gegengift? Nee, einfach. Oder kann ich heilen. Einfach noch heilen. Ich muss aber mir kurz was essen. Ich kann dann so lang craften. Was ist das? Crafting-Menü. Ich esse mal, was ich hier habe. Ah, ich kann dann nichts machen. Ich habe nichts mehr. Komm, schneller. Ja, das gibt Giff war gerade hard, ey. Und ein bisschen halter noch. Ich habe auch nur noch acht Stück. Ach, acht wachs. Acht, ähm, Bandagen? Medikids, ja. Ich habe nur zwei. Nein. Nichts weiß, welche bauen, ey. Okay, ich glaube, wir können auch weiter. Da halte ich mich komplett voll. Oh, naja. Hier war... Was ist das? Fast kommt mir. Kann man dann... Achtung. Da kam man als Gift gerade runter. Sag ich, wir sind so ein... Ach, das ist wirklich scheiße. Scheiße. Halte ich, halte ich, halte ich, halte ich, schnell. Der Schnumpe. Nein. Da oben ist nichts mehr, ne? Wir müssen auch weiter nach rechts, anscheinend. Können wir das bauen, hier. Sonst gehen wir nochmal zurück. Da war ja noch ein Weg. Mist, ey. Was soll denn so? So ist einfach nichts, ne? Was ist passiert? Ja, genau. Da war hinten war noch ein Weg. Ja, wozu war denn der Scheiß jetzt, ja? Ja, um den Spieler zu nerven. Hier war das, ne? Da kommt der. Geil. Wir müssen weg, weg, weg. Eine geile Animation, oder? Na. Unten füllt sich was. Ja. Komm, Gift, hör auf jetzt. Bisschen weniger wird es. Nicht, dass es aufhört. Also nicht aufhört. Ach, guck mal. Ja, doch, es hört auf, ne? Mhm. Ja, so einen ungeduldigen Ball. Ja, das kenne ich gut. Bestimmt man an der dritten Stelle auch nochmal gleich. Ja. Pass auf, es kommt wahrscheinlich hier hin. Geweck, geweck. Fette Animation, ja? Ja, hier, wir haben da Knöpfe gedrückt, ne? Oh, genau, so ein Teil trottelt. Okay, hier ist schönes Lasse. Oh, nein, doch, nicht so schön. So ein Stacheln. Ja. Mhm. Okay, ähm. Ja, weiter reicht's halt, ne? Na, wie immer. Okay. Geh hoch, geh hoch. So kann ich nicht schießen. Oh, pass auf, pass auf, pass auf, geh hoch. Komm hier. Ah, ich springe so mit dem Mono die ganze Zeit. Ich versuche also, gegen den zu kämpfen. Aufladen. Ist gleich down. So, wunderbar. Okay. Vorsichtig vorn kommen, was haben wir hier? Okay. Warte mal. Müssen schnell machen wahrscheinlich. Und go. Ich gucke mal. Ja, hier schaffen wir locker easy peasy. Okay, this is Thomas' Organic. Uh, uh, we'll take further credit to bridge much matter. Ah, guck mal, da ist jemand gefangen anscheinend. Hey, over here. I can't believe you made it so far. Nice work. Ich kann das nicht öffnen. Okay, wir müssen gucken, wie wir einen Weg finden. Wahrscheinlich, ähm. Okay. Hier runter oder da hoch? Ja, eher rechts. Ja, lass mal rechts. Pass auf, dass du den Gegner, oder? Come closer. Oh. Ich muss mich kurz, äh, zurückziehen. Komm, kurz, äh. Wow. Lass du ins Gift rein, das ist gut. Ich muss mich heilen. Ey, der kann mich von hier treffen, ey. Heftig, aber ich muss auch kurz, äh, kurz was essen. Ich hab aber auch nichts mehr. Hatt immer, das kann ich noch nehmen. Kannst auch dann essen, was ihr gekocht habt. Ich versuche mal, welches schießt auf den so lange. Nein, geht nicht mehr. Du kannst nur einmal essen, das dauert ein bisschen, bis es regeneriert hat. Ja. So, auf hart. Mist, ey. Bis jetzt mal nur Mia. Ist so. Warte, nochmal. Bin da ungeschickt, ne? Ich merke, so. Kann ich die Kartoffel essen? Ne. Das ist ja, da unten. Das ist ja, da unten. Ja, ja. Good work, boy. Good work. Ja, wie immer. Weißt du noch? Den guten. Oh. Pass auf, hier zu einem Stein, guy. Okay. Wo kommt er her? Wow. Macht echt good damage. Ah, der kommt von oben, warte. Hier ist eine Kiste. Ja, alles, was du findest. Fan, 5 pixels, okay. Warte mal, kommt er her. So. So, noch Gegner. Pass auf, jetzt von hier. Dism's schon alle Gegner. Boah, ja, pass auf. Ich mach mal gut. Aufladen, 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 komm. Schneller, schneller. Auch hier, das war so gut, ey. Hier, nimm die Kitsch. Ja, ja, ja. Abtun. Okay, der nächste. Ganz vorsichtig jetzt. Da oben scheint auch jemand zu sein, pass auf. Da oben hier. Ja, siehst du, da wird schon direkt erkannt. Tief. Ja, man, ich hatte den, den, den da oben. Ja, genau. Das ist eine gute Idee, eigentlich. Guck mal, ich komm doch nicht. So, oh, da ist auch noch einer. Oh, diese scheiß Dinger, ey. Ja, sag mal. Wo ist er denn? Siehst du den da oben? Oh, da oben ist der. Pass auf, der eine schießt auch auf dich hier. Wo sollen wir durchlaufen? Hier, guck mal. Komm, mal durchlaufen. Ich muss mich hören. Ja, was ist das hier für ein Ding? Hier. Warte mal. Hier, lass ich eben mal Inventar gucken. Ich hab irgendwelche Waffen bekommen. Schau mal gucken, was das für welche sind. 26. Boah, und wie viel hat die hier? 12. Da oben sind Kisten und so. Komm, wir gucken mal hier. Hier sind sie sowas hasse ich vor, ey. Und eine Waffe. Boah, das ist ja nur noch ein richtiger Grotz. So, was ist hier? Ich glaube, ihr alles, was da ist, sehr gut. Oben einer kleinen Kiste war nix. Ach, kosmetik scheiße. Ja, ich hab auch eine Waffe bekommen, aber die war, glaube ich, nix. Warte mal, was hab ich denn bekommen? Mal schauen. Oh, was war da denn drin? Ich weiß noch nicht mal, was da drin war. Ach, hat er ausgerüstet direkt. Guck mal. Siehst du da meine Dinger hier? Stacheln oder so. Ach so. Irgend so ein Mist, einfach. Kosmetik, warte mal. Wo ist einer? Komm, nicht dran. Na komm, zeig dich. Der Penner, schießt er direkt auf mich. Okay, der ist down. Okay, nice so. Nee. Ja, nur die andere Kiste dann. Siehst du, ja, nur ein paar Pixel. Oh, Boss, wahrscheinlich jetzt. Komm rein. Komm rein. Du kannst nicht alleine sterben. Du kennst einen Boss-Fighter. Ja, ist so. Oh, shit, das ist der End-Boss. Ich glaube, wir werden verkacken hier. Das ist gut, wie fun. Ja, sicher. Gut, wie fun. Oh, der macht nur ein Damage. Bei mir. Ich glaube, der hilft uns auch ein bisschen. Oh. Das wird Ewigkeiten dauernden zu besiegen. Ach, der ist jetzt ein bisschen, also der hat die Schale verloren. Aufladen. Wo geht der hin? Wo geht der hin? Alles auf diesen Gegner unten. Ich kenne mich um die Penner hier. Boah, wir müssen noch diese Penner hier achten. Halt dich. Halt dich, halt dich. Wo ist meine Waffe? Du hältst er sich nicht. Halt dich, halt dich. Ja, der heilt sich aber. Meiner heilt sich nicht. Ja, doch, der heilt sich. Wenn du das gemacht hast, dann wird das ich heilt nur. Ja. Komm, nochmal. Und das hilft mir mal. Ja, ja, ja. Okay, ich komme. Geweckt. Okay, ich habe die dauernden. Schieß, schieß, schieß. Und heil dich, heil dich hoch. Ja, ich halte mich. Ich mach dir den. Pass auf, ich mach die Dinge hier unten. Oh, ich bin tot. Ich erwischt. Ich versuche, so schnell wie ich es zu kommen. Ich warf durch. Ich bin auch down. Und da kommt das mal runter direkt. Wo war das denn? War das hier? Ach nee, das war hier oben. Ach, wir sind direkt hier. Ich hoffe, der Fortschritt bleibt. Ja, ich habe auch. Ich habe aber nichts zum Hallen. Wir müssen mal gucken. Dann müssen gleich, wenn wir am Schiff sind, wieder uns heilen. Der Fortschritt ist nicht da. Der ist komplett geheilt, ne? Ja. Wir sind einfach so schlecht. Wo ist der Wurst? Da müssen, glaube ich, noch einfach mehr Looten, ey. Das ist blöd, dass auch oben ist. So, der Schild ist runter. Wir brauchen stärkere Waffen einfach. Boah, diese Viecher hier unten nerven. Vielleicht sollten wir uns um die Viecher kümmern, wenn die da sind. Ja. Danach wieder. Aber die kommen schnell zurück. Mhm. Ah, Mist. Boah, ey. Ich muss irgendwie jetzt meine Waffen besser legen, ey. Ja, das ist sehr ungünstig gelegt, ne? Ja, ja. Inzwischen heilen und schießen. Man kann auch Meta-Manipulator, du kannst halt die Waffen nach links legen. Richtig, glaube ich, alle nach links gleich. Und wir müssen es mir gerade nicht so bequem kommen. Ja, ah, Mist. Geh weg, geh weg. Du läufst noch genau ein Gift rein. So, jetzt komme ich zurück. Schieß auf den, schieß auf den. Der verletzt wird. Wir könnten es schaffen. Muss man nicht glauben, boah. Komm zurück. Ja, ja, ich bin nur am Schießen. Da sich wieder geheilt. Ja, ja. Nee, 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 das ist ein Problem verloren. Die Dinger sind... Boah. Ich lege mich gleich, wenn wir den... Ah, Mist, ey. Wir besiegen. Boah, viele. So, aufgift. Okay, halt ich halt. Ja, mach ich, mach ich. Mach ich mal tot hier. Schieß auf die. Ja, mach ich doch. Ja, ich kann nicht gegen alle kämpfen, bin tot. Wow, fuck, ey. Ah, Mist. Versuch's zu überlegen. Ich glaube, einer von uns muss drinbleiben. Ja. Damit, äh, Spielfortschritt. Ich komme, ich bin gleich da. Halt sie noch durch. Okay, ich bin da. Puh. Da noch ein bisschen. Wow, ey, heftig. Das war gut von dem. Ich halte mich hin. Nice, Mann, Schatz. Der ist down. Das hast du mir. So, hier sind wir, sind wir, macht noch Platz. Wir müssen gleich noch ein bisschen uns, äh, equippen. Ja. Ja. Stranger. Ja, die Stranger haben gewonnen. Hier ist das Dings wahrscheinlich. Oder? Oder hier? Was müssen wir machen? feinde artefacts in der harten grounds müssen wir die anscannen vielleicht da haben wir stärker werden wir haben echt muss kraft waffen jetzt zurück zu esther hier ist noch eine kiste oder wir haben eine compadre du hast mal zu arg dann gehen wir zu esther das erste für jeden boy hat ach die ist neu dazu gekommen ist das diese die nur einfach an was sie da hat wir können mit der gegen andere kämpfen oder so ja so wird erst ansprechen oder in der nächsten folge denke der nächsten fall wir haben schon ein teilstück oben rechts da dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge genau die belohnung holen wir zur nächsten folge ab alles klar ist dahin